Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Dann sind wieder ganz viel zu futtern da Ich freue mich auch darauf, wieder im Wasser rumzuschwimmen, anstatt darauf rumzulaufen Ja, falls das harte Wasser jemals wieder weich werden sollte Wer glaubt, es ist so weit? Und ihr weißt, was das bedeutet? Hartes Wasser hüpfen, yippie! Wie kann denn hartes Wasser hüpfen? Hm, was er nicht hüpft Du hüpft auf Wasser Komm, wir zeigen's dir Also, ich bin die Erste Ich setz mich hier hin und seh zu, dann seh ich besser War ich toll oder was, hä? Wer ist der Nächste? Ich, ich bin dran Ich hab's geschafft! Ubi, hast du das gesehen? Nein, tut mir leid Ich hab gerade das versteckte Grünfutter entdeckt Wow! Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag Und die helle Scheibe leuchtet wein Die helle Scheibe leuchtet wein Kommt und spielt mit mir Abenteuer denkt man hier Und immer finden nach Hause wir In einem Land vor unserer Zeit Vor unserer Zeit Ja, richtig, da ist Grünfutter Aber es ist nicht sehr viel Naja, ich glaube, die kalte Zeit war ein wenig zu kalt Ha, wenn du mich fragst Es ist nicht genug für alle da Nicht annähernd genug Oh, ich denke, es wird für alle reichen Ich meine, solange wir teilen Teilen? Hm Naja, je mehr Hörner man hat Desto mehr Futter kriegt man, richtig? Ähm Nein, ich denke nicht Naja, es ist nur gut, dass wir nicht noch mehr sind Hey Freunde, seht doch mal Weitwanderer Diese Herde Wanderer kommt mir bekannt vor Das ist Tippi Spiky Tippi sieht Spiky Tippi hat dich vermisst, Spiky Hey, Tippi hat ja sprechen gelernt Kennt Spike etwa diesen kleinen Stachelschwanz? Sie sehen aus wie freundliche Freunde und spielfreudige Spielkameraden Tippi's Herde war schon mal im großen Tal Daher kennen sie sich, weißt du? Tippi, du bist doch nicht sauer, wenn Spiky mit Tippi spielt, oder? Als sie das letzte Mal hier war, warst du ganz schön traurig Tippi und Spiky sind zwar gute Freunde, aber ich weiß, dass Spiky und ich eine Familie sind Ich möchte, dass Spiky glücklich ist Und mit Tippi spielen macht ihn glücklich Los, komm Freunde, hinterher! Gute Freunde Spike und Tippi sich vertrag Gute Freunde Fröhlich spielen sie den ganzen Tag Das ist wirklich krass Wie verrückt Hüpfen sie rum Ich glaub, sie haben Spaß Sag es, Spiky Gute Freunde Sind zusammen hier allein Gute Freunde Von mir aus kann das ewig sein Tippi ist dran Tippi ist dran Hallo Spiky, es ist wirklich schön, dich wiederzusehen Hallo Kinder Hallo Was führt eure Herde ins große Tal? Oh, das ist eine ziemlich harte, kalte Zeit, Kleiner Es ist wirklich schwer, Grünfutter zu finden Aber wir wissen ja, dass alle hier im großen Tal gern miteinander das Essen teilen Unser Futter teilen? Habt ihr sie nicht mehr alle? Was wir hier haben, reicht nicht mal für uns Natürlich reicht es Sei doch nicht so selbstsüchtig Das ist doch kaum zu glauben Erst kommt ihr einfach her und wollt unser Futter haben und dann beleidigt ihr uns auch noch Jetzt spiel dich bloß nicht so auf Jetzt wird ja nicht frech Bitte Hier gibt's genügend Grünfutter Das wird schon für alle reichen Nein, es wird nicht reichen Und selbst wenn, ich würde niemals teilen mit diesen aufdringlichen Eindringlingen Hast du mich gerade geschubst? Hä? Du hast versucht, mich zu schubsen? Oh Wenn ich dich schubse, merkst du das schon Du liebe Goethe Du beleidigst mich Dir werd ich manieren Beibringend drei Horn Nein, nicht doch Hört damit auf, bitte Oh Also schön Na komm schon Wir hängen fest Hört zu, wir teilen gerne das Grünfutter, das wir haben mit euch, Freunde Ha Gut Danke Aber das heißt nicht, dass wir mit euch zusammen sein müssen Ach nicht? Ha, wie schade Stachelschwänze? Mir nach Das gibt's doch nicht Was glaubt ihr eigentlich, wer er ist? Sowas Hochnäsiges Frechheit Ja, aber, aber Sitzt ihr auf euren kleinen Ohren? Das gilt auch für euch beide, habt ihr verstanden? Aber Tipi möchte mit Spikey spielen Spikey gehört nicht zu unserer Herde Er lebt hier Und warum spielt dann deine Tochter mit ihm? Ich hab's verboten Hast du verstanden, Tipi? Ich verbiete dir, mit diesem Stachelschwanz aus dem großen Tal zu spielen Hm? was unser Anführer gesagt hat. Du darfst nicht mit Spike spielen. Tippi weiß, Mama. Denk nicht mal daran, Spike. Wenn diese Weitwanderer nicht mit uns zusammen sein wollen, schön, dann soll es so sein. Es tut mir so leid für dich und Tippi. Aber du kannst ja mit mir spielen, wenn du willst, Spike. Japp, japp, japp. Oh nein, nein, nein. Spike ist zu traurig, um zu spielen. Das ist nicht gut. Oh nein, oh nein. Spike könnte mit Tippi spielen, wenn die Erwachsene nicht sauer aufeinander wäre. Das ist alles die Schuld der Weitwanderer. Wieso kommen die einfach her und verlangen von uns, dass wir unser Futter mit ihnen teilen, obwohl gar nicht genug da ist? Ich bin noch da. Äh, ich bin noch ein oder? Das war's, ich bin noch nie. Ich bin noch nicht gelaufen. Ich bin noch mehr. Ich bin noch nicht gelaufen. Ich bin noch nie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Spiky ist dran. Spiky ist dran. Spiky? Spiky? Wo bist du hin? Spiky? Spiky, du bist ja so lustig. Ja, das bist du. Du willst Hopperhauptze mit mir spielen? Gute Idee. Spiky. Spiky. Oh, da ist er ja. Hey, er spielt ja mit Tippy. Oh nein, nein, nein. Spiky hört nicht auf das, was Mami gesagt hat. Wenn das irgendjemand sieht, dann kriegt er riesen, riesen Ärger. Oh ja, oh ja. Was mache ich? Ich weiß es nicht. Das ist alles ganz fürchterlich. Spike macht nicht, was Mami sagt. Weil er etwas ganz anderes mag. Ganz schlecht spielt sich's allein. Die zwei wollen nur zusammen sein. Was mache ich? Sie mögen sich. Was mache ich? Ich weiß es nicht. Ich möchte nicht, dass Spikey und Tippy Ärger bekommen. Nein, nein, nein. Vielleicht haben meine Freunde eine Idee, was wir machen können. Los komm, Spike. Du holst Tippy sowieso nicht ein. Hä? Spiky. Sieh dir mal an, was Tippy sieht. Mhm. turned from the Assistant. Äh... So viel Grünfutter auf einmal, das geht's doch nicht. Und, schmeckt das Spikey gut? Das müssen Spikey und Tippi den anderen erzählen. Aber dann wissen ja die anderen, dass Spikey und Tippi zusammen gespielt haben. Was machen Spikey und Tippi jetzt bloß? Hallo, wo warst du, Ducky? Oh, wenn ich euch ein super geheimes Geheimnis erzähle, versprecht ihr mir dann, es nicht weiterzuerzählen? Niemals, niemals, niemals? Ja, naja, naja. Ich hab Spikey und Tippi gesehen. Sie haben gespielt. Zusammen. Vergiss. Und was willst du jetzt machen? Ich weiß es nicht. Deshalb wollte ich ja mit euch sprechen. Oh, willst du es die anderen erzählen? Ich möchte nicht, dass Spikey Schwierigkeiten kriegt. Dann wirst du es also nicht erzählen? Naja, Spikey hat nicht auf das gehört, was Mami gesagt hat. Also, wenn du es nicht erzählst, dann tu ich es. Hapsi, das wirst du nicht glauben. Zera? Nein, nein, nein! Hapsi! Hapsi! Zera, nein, tu es nicht! Hapsi! Ja, was ist denn Zera? Stell dir mal vor, ich hab gerade gehört, dass... Bitte? Ja? Was hast du gehört? Tja. Ich hab gehört, dass... Tja. Wenn du das grüne Zeug mit den roten Blüten isst, dann bekommst du davon einen ganz frischen Atem. Das wusste ich doch schon, das habe ich dir erzählt. Oh. Ach ja. Danke, 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 Zera. Jetzt ist das Geheimnis von Spikey und Tippi sicher. Was? Tippi, was machst du da mit Spike? Tippi und Spikey haben nur zusammen gespielt. Das hatte ich dir doch verboten. Spike, ich hab dir das auch verboten. Also, dein Spike muss meine Tippi überredet haben. Mein Spike kann gar nicht reden. Was ist hier los, hä? Ich habe meiner Tippi gesagt, dass sie nicht mit Spike spielen darf, aber sie hat es trotzdem getan. Aber er hat's nicht, doch nicht gehört. Spike, ich muss sie dazu überreden. Warum seid ihr zwei zusammen hierher gekommen? Na ja, weil Spikey und Tippi einen Ort gefunden haben, an dem ganz, ganz viel Grünfutter wächst. Was hast du gesagt? Hä? Grünfutter? Na schön, wenn Tippi es gefunden hat, dann gehört es uns. Von wegen. Uns gehört das ganze Grünfutter im großen Tal. Tippi sagt, wir erzählen ihm nicht, wo es ist. Hm. Hä? Oh. Und weg sind sie. Tippi? 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 Tippi! Spiky! Vagilat! Tмо Panic! Mit Hilfe! Diese Absuntion ist ein Gor Kung-Ganz. Man. Fissi kann nicht schwindet! Aber ich! Warte, Ducky! Wir kommen dir zur Hilfe! Du bist ein ganz schön schwerer Klops, ja, ja, ja! Ja! Also, wenn wir gemeinsam unsere Kinder retten können, dann können wir auch zusammen essen! Ja, da hast du recht! Da ist was dran! Wir sollten uns vertragen! Sieh dir das an, Littlefoot! Von deinen Freunden haben sie gelernt zu teilen, ist das nicht schön? Danke nochmal, dass ihr mit uns geteilt habt! Ich denke, jetzt wächst wieder genügend Futter, sodass wir unsere Reise fortsetzen können! Tipi wird Spikey vermissen! Spikey ist Tipis Freund! Und Ducky ist jetzt Tipis beste Freundin! Ja, ja, ja! Du bist dran! Ha, 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 ja! Ha, 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 ha! Uuuuuh! Uuuuubi! Uuuuubi! Uuuubi! Kom net, kom net, kom net! Uuuuubi! Leg den Zahn zu! Sieh mal da! Fliegende Steine! Das ist der größte fliegende Steinersturm, den ich je gesehen hab! Uuuuubi! Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag! Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag! Und die helle Scheibe leuchtet weit! Und die helle Scheibe leuchtet weit! Kommt und spielt mit mir! Abenteuer legt man hier! Abenteuer legt man hier! Uuuuuh! Und immer finden nach Hause wir! In einem Land vor unserer Zeit! Vor unserer Zeit! Da ist schon wieder einer! Ich frage mich, wie viele das sind! Mir aufgehört mit Zellen! Das ist ein gewaltiger fliegender Steine-Sturm! Ja, ganz ohne Frage! Alles in Ordnung, Rubi? Oh, Entschuldigung! Ich hatte grad so'n komisches Gefühl wie eine Erinnerung! Aber ich erinnere mich nicht, ob ich mich daran erinnere oder nicht! Seht mal, jetzt kommt ein ganz großer runter! Das war's wohl mit den fliegenden Steinen, Rubi! Das hoffe ich, Chomper! Das hoffe ich! Ihr seht müde aus, Kinder! Ihr habt euch wohl die ganze Nacht lang die fliegenden Steine angesehen, was? Aha! Ja! Ja! Ich denke, heute Nacht wird es noch mehr fliegende Steine geben! Ja! Noch mehr fliegende Steine? So ist es! Deshalb nennt man sie auch die Nächte der fliegenden Steine! Was? Die Nächte der fliegenden Steine? Hä? Ja, genau, Kinder! Und das aus gutem Grund! Das Schauspiel, das ich meine, sieht man nicht jeden Tag! Am Himmel fliegen Steine, was ich sehr gerne mag! Ein jeder kann sie sehen! Die Nacht wird leuchtend hell! Deshalb müsst ihr nicht ängstlich sein! Das vergeht wieder schnell! Seht's euch an! Sie ziehen ihre Bahn! Seht's euch an! Nächtelang leuchten sie dann! Seht's euch an! Man sieht sie dann und ran! So ein, zwei Nächte oder drei! Dann ist es vorbei! Dann ist es vorbei! Dann vorbei! Ach ja, ich, ich erinnere mich! Ich hab die Nächte der fliegenden Steine schon einmal erlebt! Ach ja? Ja! Ich war noch ein Nestling und lebte im geheimnisvollen Jenseits! Ich habe meine Mama gesucht! Mami! 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 Ruby! Wo bist du denn nur? Sie kann nicht weit weg sein! Wenn hier nun etwas passiert ist! Wir finden sie.. Ruby! Mami, wo warst du denn? Ich hab dich gesucht, aber ich hab dich nirgendwo gesehen. Ich konnte dich auch nicht finden, aber ich verspreche dir, dass das nie wieder geschieht, mein Kleines. Wenn wir das zerklüftete Tal passieren, kommen wir zu einer Felshöhle, in der du sicher bist. Und wenn so etwas nochmal passieren sollte, dann läufst du sofort hierher und ich mach dasselbe. Aha, so können wir uns nicht verlieren. In der nächsten Nacht gab es noch mehr fliegende Steine und wir waren alle zusammen in der Felshöhle. Und jetzt passiert es wieder. Das heißt, ich muss zu dieser Felshöhle zurückkehren. Nicht jetzt, Rubi. Wenn die fliegenden Steine im geheimnisvollen Jenseits aufschlagen, können sie ein Feuer verursachen. Feuer? Ja. Im geheimnisvollen Jenseits gibt es nicht so viel Wasser wie hier bei uns. Ein Feuer kann dort sehr gefährlich sein. Aber wenn es gefährlich ist, dann findet meine Familie in der Felshöhle Schutz. Ich muss hingehen, um sicher zu sein, dass es ihnen gut geht. Das ist viel zu gefährlich, Rubi. Petri hat recht. Ja, das ist ziemlich gefährlich. Oh ja, oh ja. Ich denke, ich muss ein bisschen nachdenken an meinem Nachdenkungsplätzchen. Ich weiß, es kann gefährlich sein, wenn ich gehe. Aber ich werde mich nie wohlfühlen, wenn ich nicht wirklich weiß, dass es meiner Familie gut geht. Hallo. Ist da jemand? Oder bin ich ganz allein? Du bist nicht allein. Oh nein, nein, nein. Ducky? Du hättest nicht den weiten Weg herkommen sollen. Und da noch ganz allein. Aber ich bin nicht allein. Ich war bei deinem Nachdenkungsplätzchen, aber da warst du nicht. Also bin ich deiner Spur mit meiner Schnüffelnase gefolgt. Du hättest uns sagen müssen, dass du weggehst. Wir möchten dir doch helfen. Aber ich muss mich beeilen und ich bin am schnellsten, wenn ich allein bin. Rubi, es ist zu gefährlich, allein zu gehen. Ja, das ist es. Das ist es. Also kommen wir mit dir mit. Aber ich möchte nicht, dass meinen Freunden etwas passiert, weil sie mir helfen wollen. Dann wird mir nichts passieren und dir wird nichts passieren und uns allen wird nichts passieren, weil wir zusammen sind. Also ich finde, das klingt logisch. Hä? Äh. Hm. Ah. Ah. Kommt Freunde, wenn ihr mit mir mitkommen wollt, dann müsst ihr schneller mitkommen. Wir machen ja schon so schnell, wie wir können. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Hm. 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 Ich weiß, wo die Hülle war, aber ich weiß es nicht ganz genau. Ist ja auch schon sehr lange her. Da warst du noch viel kleinerer als jetzt. Naja, aber wir kommen garantiert nicht an, wenn wir es nicht wenigstens versuchen. Da lang! Hm, also mir kommt dieser Ort irgendwie bekannt vor. Das liegt daran, dass wir im Kreis gegangen sind. Es wird bald dunkel, Ruby. Dann müssen wir uns beeilen. Wenn die Höhle bei Licht schwer zu finden ist, dann ist sie im Dunkeln noch schwerer zu finden. Vielleicht hilft dir ja eine kleine Pause, dich etwas besser zu erinnern. Nein, ich werde weitersuchen. So lange, bis mir die Augen zufallen. Meister Blattnase hatte recht. Auch in dieser Nacht kommen die fliegenden Steine wieder. Also im geheimnisvollen Jenseits sehen sie gar nicht so gefährlich aus. Siehst du die da, Spiky? Spiky? Wo ist der denn hin? Spiky? Spike, wo steckst du? Hey, Spiky! Komm zurück! Ist zu laut! Shhh! Ich hab mir Sorgen um dich gemacht, Spiky. Na schön, ruhen wir uns aus. Schneller! Sie kommen immer näher! Sie kommen immer näher! Aua! Ubi hat sich den Fuß verletzt. Oh, sie haben uns übersehen. Da haben wir Glück gehabt. Sie haben bestimmt gehört, wie du nach Spike gerufen hast. Ihr hättet auf mich hören sollen, warum seid ihr nicht zu Hause geblieben? Schhh! Schhh! Sie kommen wieder zurück. Wo sollen wir denn jetzt hin? Hierher! Hier lang! Ah! Woher wartet ihr denn noch? Wo sind wir hier? In Sicherheit! Bedankt euch später! Mir nach! Ich bin Skip! Ich hab gesehen, wie euch die beiden Hohlköpfe verfolgt haben. Ich kann die Typen nicht ausstehen. Mein ganzes Leben lang renne ich vor denen weg. Ähm, liebst du hier mit deiner Familie? Ich hab keine Familie. Weiß nicht mal, wer meine Eltern sind. Rotklaue hat sich schon vor langer Zeit erwischt. Zumindest glaub ich das. Oh, die haben gemerkt, dass sie euch verloren haben. Hier lang! Kralle und Klaue, die suchen uns immer noch. Die werden euch nicht finden. Niemand kennt das geheimnisvolle Jenseits so wie ich. Kennst du vielleicht die Felshöhle in der Nähe vom zerklüfteten Tal? Die Felshöhle? Los, schnell! Kommt mit! Der bewegt sich noch schneller, als er redet. Was sagst du jetzt? Das zerklüftete Tal? Da ist die Felshöhle! Oh, ich danke dir, Sköp! Sag ich doch! Ich kenn mich hier aus! Kommst du nicht mit uns mit? Ich bin schneller, wenn ich allein bin! Und ich muss noch viel erledigen! Hab viel vor! Zurück jetzt in die Richtung! Hm? Alles klar! Danke, Skip! Oh ja, die Felshöhle! So hatte ich sie in Erinnerung! Wow! Ist ganz nett hier! Jap, jap, jap! Aber wo ist meine Familie? Habt ihr sie gesehen? Nein! Nein, 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 nein! Oh! Warum sind sie nicht hier? Oh! Oh! Was war das? Oh! 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 Ichしku! Oh! Okay! Oh! Oh! Ah! Oh chúng! Oh! Oh! Oh und Schön, dass ihr glücklich seid. Fliegende Steine machten mir große Sorgen. Sie sind mit Feuer heruntergekracht. Drum bin ich hier. Ich wollte sehen, wie's euch geht. Ich hab mir große Sorgen gemacht. Ich bin so glücklich, dass wir hier zusammen sind. Ich bin... Oh! Das ist Rotklaue! Kommt schnell! Hier lang! Ach, Ruby. Ich freue mich so, dich zu sehen, meine Kleine. Aber du hättest nicht herkommen sollen. Das ist zu gefährlich. Das haben meine Freunde auch gesagt. Aber sie sind trotzdem mitgekommen. Das sind sie, ganz ohne Frage. Sie müssen dich wohl sehr ins Herz geschlossen haben. Ja. Es ist fast so, als... Als wären sie auch meine Familie. Ja, ja, ja. Wir sind eine große Stalfamilie. Ja, das sind wir. Ja, das sind wir. Vielen Dank, Ducky. Tschau! Spike! Jetzt weiß ich, dass es euch gut geht. Und kann wieder zurückgehen. Ich muss Jomper helfen, herauszufinden, wie man das geheimnisvolle Jenseits vor Rotklaue beschützen kann. Wir werden hier immer für dich da sein, Ruby. Ja, ich weiß. Ich bin wieder da, wenn ich zurückkehre. Seht euch mal die an. Die sehen irgendwie anders aus. Oh! Das sieht nicht gut aus. Oh! Oh! Feuer! Was ist das? Es brennt! Hier lang. Aber zum großen Teil geht es da lang. Da vorn. Das ist doch Skip. Skip! Skip! Hey, hierher! Er kann nicht sehen. Wir müssen ihm helfen. Skip! Sie haben es geschafft! Was? Ihr? Ich dachte, ich wäre ganz allein. Du warst nur allein, bis wir gekommen sind. Oh, danke. Ich äh... Oh nein! Ah! Schnell, Freunde! Hier lang! Schnell, Freunde! schon! Petri? Was macht Petri denn hier? Mir hilft euch deswegen hier, schnell! Mein weg zu sicherem Platz gesät! Großvater Langhals? Auf mit euch! Na komm, Skip, du auch! Ich hab dich! Und hoch geht's! Ihr seid gerettet! Little Food! Petri! Zera! Wir haben uns Sorgen um euch gemacht, deswegen sind wir euch gefolgt! Ich wusste, wir finden euch nie, wenn wir nicht hier raufsteigen! Wer euch gefindet, aber dann fängte die Feuer an! Habt keine Angst! Wir kehren zurück, sobald das Feuer nachgelassen hat! Na also! Das Feuer ist schneller gelöscht, als ich dachte! Für ein Glösschen ist das Feuer schnell aus! Das war toll! Juppie! Hurra! Skipp, du bist im großen Tal herzlich willkommen! Jap, jap, jap! Ach, meinst du wirklich? Ich meine, ich hab keine Familie, bei der ich bleiben kann! Glaub mir, Skip, im großen Tal zu leben ist, als ob man mit einer großen Familie zusammenlebt! Ich bin super glücklich! Ich bin sehr glücklich! Ich bin sehr glücklich! Die Himmelsfarben sind heute ganz wunderschön. Ja, das sind sie. Ja, das sind sie. Ach, nö. Schade. So was Blödes. Was ist passiert? Ich wünschte, man könnte die Himmelsfarben sehen, selbst wenn sie nicht am Himmel zu sehen sind. Also ich glaube, es gibt da einen Weg. Denkst du das, was ich denke? Ich denke schon. Glaubst du, wir finden welche? Also ich garantiert. Was ist das, woran ihr denkt? Raus mit der Sprache. Himmelsfarbensteine. Himmelsfarbensteine? Ja, und es gibt nur eine Stelle, an der wir sie finden können. In der Nähe vom schnellen Wasser. Beim schnellen Wasser? Pass auf, sonst findest du noch eine Schnappmuschel. Tue ich gar nicht. Aber du findest nur irgendwelche Höhlensteine. Von wegen, das denkst du. Ach, hört jetzt auf laut zu denken und sagt uns, was Himmelsfarbensteine sind. Oh, tja. Von außen sehen sie aus wie ganz normale Steine. Aber innen drin... ...sind sie voller Himmelsfarben. Aber wie bekommt ihr denn nur die Himmelsfarben in die Steine rein? Das muss man nicht. Sie sind einfach da. Oh, als ich kleinerer war, hab ich mal einen gesehen. Der war wunderschön. Jap, jap, jap. Das letzte Mal hab ich einen in der Nähe vom schnellen Wasser gesehen. Gleich da drüben. Hey, ihr lauft in die richtige Richtung. Aber sie sind in den Höhen. Ganz egal, wo sie sind. Ich möchte sie sehen. Also, mir auch. Ja, ja, ja. Gute Güte, Himmelsfarben in Steinen drin, statt oben am Himmel? Hey, geht nicht ohne auf mich zu warten. Vor uns liegt ein wunderschöner Neuertal. Vor uns liegt ein wunderschöner Neuertal. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Und die helle Scheibe leuchtet weit. Kommt und spielt mit mir. Abenteuer lebt man hier. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit. Kommt mit, ihr verschwindet nur eure Zeit. Nicht, wenn die Himmelsfarben Steine wirklich hier sind. Manchmal sind sie tief im Sand vergraben. Ja, in einer Höhle. Oh, ist das einer? Hä? Nein. Ist das einer? Zumpa eingefindet. Oh, das ist keiner. Nein, 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 nein. Na schön, wie wär's denn mit dem hier? Zumpa gefindet anderen? Nein. Niemand hat irgendwelche Himmelsfarben Steine gefunden, weil sie gar nicht hier sind. Sie sind hier, Zera. Wir haben sie nur noch nicht entdeckt. Ist das hier einer? Ich hab noch nie einen gesehen. Also würde ich gar nicht wissen, dass ich ihn sehe, selbst wenn ich einen sehe. Also, ich würde wissen, wenn ich einen nicht sehe. Äh, äh, ich meine, ich, ich erkenne einen, wenn ich ihn sehe. In den Höhlen. Wie wär's mit dem hier? Vielleicht ist das einer. Zera, wenn du wirklich weißt, wo man die Himmelsfarben Steine suchen muss, dann komm ich mit dir mit. Ruby, Zera. Wir wollen auch mit euch nach Himmelsfarben Steinen suchen. Na, dann kommt mit. Ich zeig euch, wo man sie findet. Jeder weiß, dass ich im Finden von Dingen die Beste bin. Vielleicht besser wir woanders suchen. Nein, ich bin sicher, sie sind hier. Irgendwo. Hey, Freunde, seht mal, was ich gefunden hab. Du Himmelsfarbenstein gefindet? Noch vier Dächer. Stechsummlinge? Wollt ihr? Nein! Nein, 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 nein. Nicht die Sumpfstechlinge. Freunde? Hey, wartet auf mich. Wir sind ganz in ihrer Nähe. Ich spür's. Ihr werdet wahrscheinlich keinen finden, aber ich zeig euch meinen, wenn ich ihn gefunden hab. Vielleicht finde ich ja auch einen ohne deine Hilfe. Du hast doch noch nie einen gesehen. Aber im Finden von Sachen bin ich sehr gut. Ich finde selbst Sachen, nach denen ich gar nicht suche. Kaum zu glauben, Rubi. Aber es ist wahr. Zera, ich find jeden Stein. Ist der Stein auch noch so klein? Rubi, ich werd dasselbe tun. Und ich werd nicht eher ruhen. Himmelsfarbenstein. Himmelsfarbenstein. Ich find ihn allein. Oh ja, das geht im Handumdrehen. Das wirst du gleich sehen. Das wird nie geschehen. Ich kenn die Farben ganz genau. Rot, orange, gelb und grün und blau. Ich finde sie und zwar im Nu. Doch ich bin schneller als du. Himmelsfarbenstein. Bunte Farbenkreis. Ich find ihn allein. Das wär doch gelacht. Irgendwo muss er doch sein. Wo kann er nur sein? Das wirst du schon sehen. Himmelsfarbenstein. Himmelsfarbenstein. Überlass das ruhig mir. Ich finde diese Himmelsfarbensteine. Ich möchte zuerst einen Himmelsfarbenstein finden, bevor Zera einen gefunden hat. Vielleicht finde ich auch einen. Ich bin ein guter Finder. Jap, jap, jap. Klar bist du das, Ducky. Aber ich bin besser. Bleib dicht bei mir, dann werdet ihr... Wow! Sarah? Ist alles in Ordnung? Na klar, was denkst du denn? Und jetzt kommt runter! Ich hab die Hülle gefunden. Jetzt kommt schon! Hey, was macht ihr denn da drin? Köpfchen in das Wasser! Känzchen in die Hölle! Nimm die Summlinge weg! Ich schennen auf! Nix lieber als das! Und dann helf ich euch suchen! Hau! 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 Mh! 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 Ich hab einen! Ah! Mh! 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 Du hattest recht, Sera. Du hast einen gefunden, bevor ich einen gefunden habe. Na, das war doch klar. Ich gratuliere dir. Hm? Äh, Sera? Das ist kein Himmelsfarbenstein. Das ist nur ein Höhlenglitzern. Ein Höhlenglitzern? Vielleicht finde ich ja jetzt doch noch als allererster einen Himmelsfarbenstein, Freunde. Spiky, du hast einen gefunden. Hey, das ist unglaublich. Oh ja, du hast recht. Ich kann nicht glauben, dass ich sehe, was ich sehe. Ich werde einen finden, der noch viel, viel wundervoller ist. Ich möchte auch so einen finden. Jap, jap, jap. Du darfst ihn nicht essen, Spiky. Ich werde ihn für dich aufbewahren. Hast du schon einen gefunden? Nein. Oh, wartet! Oh, du eingefindet? Ach, was passiert? Au, verschwinde! Verschwinde! Los! Oh, Sera, richtig. Du Schnappmuschelgefindet in schnelles Wasser. Wow! Jetzt, wir suchen woanders, ja? Nein, nein, sie müssen hier irgendwo sein. Sie müssen hier sein. Oh, nein, vielleicht finden wir hier doch keinen Himmelsfarbenstein mehr. So schnell gebe ich nicht auf. Na komm, Spiky, wir müssen auch noch mehr Himmelssteine finden. Ja, das müssen wir, das müssen wir. Ja, das müssen wir. Oh, Spiky! Vielleicht müssen wir alle ziehen. Sera, Ubi! Oh, Höhle und schnelles Wasser. Hier gibt es bestimmt viele Himmelsfarbensteine. Oh, ja, oh, ja! Ja, und ich bin die Erste, die einen findet. Nicht, wenn ich ihn vor dir gefunden habe. Ich werde auch einen finden. Jap, jap, jap! Oh, Spiky! Spiky, ist alles in Ordnung mit dir? Ja, wir kriegen dich da schon irgendwie raus. Hm, gleich nachdem wir die Himmelsfarbensteine gefunden haben. Wir kommen wieder zurück, Spiky. Ja, das machen wir, das machen wir. Hm? Ist das einer? Nein. Hm, ist das einer? Nein. Ist das einer? Nein. Und der hier? Nein! Der? Das ist doch gar kein Stein! Jetzt wir woanders suchen? Na schön. Suchen wir unsere Freunde. Das ist eine Aufgabe für mich. Da geht's lang. Gar nicht. Hier hab ich schon gesucht, Sera. Hast du da drüben schon nachgesehen? Nein, noch nicht, aber gleich. Ich war mir so sicher, dass ich einen finden würde. Oh! Hm. Naja, wenigstens hat Ruby auch noch keinen gefunden. Es tut mir wirklich leid, dass du noch keine Steine gefunden hast. Aber es tut mir nicht leid, dass ich die hier zuerst gefunden hab. Oh nein, nein, nein. Das ist ja komisch. Die Spur hört auf. Genau hier. Wie kann denn eine Spur einfach aufhören? Ich hatte die Spur und auf einmal war sie weg. Ganz einfach so. Lidlfurt, Petri. Hier unten. Petri geht gut. Einigermaßen. Da ist ihre Spur. Hier lang. Ich muss leise sein. Die Steine verstecken, sonst werden sie Sera und Ruby entdecken. Und dann nehmen sie sie mir einfach weg. Die gehören mir und keinem anderen. Und deshalb sind sie mein großes Geheimnis. Es gehört an jeder Stein. Mir allein. Oh, dieser Glanz. So eine Farbenpracht. Ist das nicht toll? Wundervoll. Und alles gehört mir. Da geht für mich allein jeder Stein Himmelsfarbenstein. Spike? Spike? Vielleicht haben wir deshalb keine Himmelsfarbensteine gefunden, weil nicht mehr so viele da sind. Willst du etwa aufgeben? Ich wusste, dass ich empfinden von dem besser bin als du. Aber du hast genauso wenig gefunden wie ich, Sera. Habt ihr schon mal da drüben nachgesehen? Ja. Sag mal, was hast du da hinter deinem Rücken? Ähm, gar nichts. Ein Himmelsfarbenstein. Nein, Ruby, der gehört mir. Du hast einen vor mir gefunden. Ich hab mehr als nur einen vor dir gefunden. Oh. Warum hast du eben darüber gesehen? Oh, da gibt es wirklich nichts zu sehen. Nein, nein, nein. Da gibt es mehr als nichts zu sehen. Die hast du alle gefunden? Warum hast du es uns nicht gesagt? Weil ich sie allein gefunden habe. Die gehören mir. Ducky, was ist denn mit dir los? Ich bin der beste Steinefinder. Das bin ich, das bin ich. Ist ja gut, Ducky. Du hast gewonnen. Du bist eine viel bessere Finderin als wir. So eine große Sache ist das nun auch wieder nicht. Ich weiß schon. Ihr wollt bloß meine Steine haben. Aber die gehören mir. Nur mir. Nur mir. Sie führt sich auf. Genau wie wir uns aufführen, wenn wir böse und gemein sind. Deine Steine. Ducky. Pack mit beiden Händen zu. Wir ziehen dich hoch. Aber, aber ich möchte nicht meinen Stein verlieren. Wir können andere Steine finden, Ducky, aber wir können keine andere Ducky finden. Mach's gut, Himmelsfarbenstein. Es tut mir leid, Spiky. Ich hab mir mehr Sorgen um die Steine gemacht, als um dich. Das war nicht gut. Gar nicht gut. Ducky? Wir wollten nach euch sehen. Jetzt sag nicht, du hast vor mir Himmelssteine gefunden. Nicht, dass es eine Rolle spielen würde. Dafür haben wir Spiky gefunden. Zumindest sein Hinterteil. Wir haben geschoben, aber das nützt nichts. Wir haben versucht zu ziehen, aber das hat auch nicht geklappt. Nein, nein, nein. Vielleicht versuchen wir mal beides zusammen, und zwar zur selben Zeit. Wir schieben Spiky zu euch, während ihr Spiky zu euch zieht. Na los, alle zusammen. Wenn wir zusammenarbeiten, wenn wir zusammenarbeiten, dann sind wir viel besser. Und auch viel fröhlicher. Hey, vielleicht finden wir ja ganz viele Himmelsfarbensteine, wenn wir zusammenarbeiten. Aber wir müssen gar keine Steine mehr finden. Nö, wir sind fertig. Das macht keinen Spaß. Stattdessen würde ich viel lieber Schwimmer und Spritzer spielen. Ja, ja, na dann los. Hey, Wirmel, wartet auf uns. Halt auf uns. Untertitelung des ZDF, 2020 Wow! Bist du sicher, dass das funktioniert, Littlefoot? Ich weiß, heute ist der erste Tag der kalten Zeit, aber... Es muss klappen, Sera! Wenn wir uns die Baumnaschereien heute nicht pflücken, dann sind sie verschrumpelt! Pflück sie, Ducky! Ich versuch mein Bestes! Mir hilft! Ich komm immer noch nicht ran! Ganz klar, wir brauchen Spikey! Ja, so kommen wir nicht weiter, Freunde! Suchen wir Spikey! Spike! Spikey! Wir haben Spike gesagt, dass wir hier sind. Ich weiß, dass er es weiß. Manchmal frage ich mich, an was er überhaupt so denkt. Oh ja, das tue ich, das tue ich. Aber sie singen nicht mehr ihr altes Lied. Irgendwas ist anders. Egal, Baumsterne sind Baumsterne. Ähm! Es geht doch nichts über Baumsterne, um einen Tag zu beginnen. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Vor uns liegt ein wunderschöner neuer Tag. Und die helle Scheibe leuchtet wein. Und die helle Scheibe leuchtet wein. Kommt und spielt mit mir. Abends heuer lebt man hier. Und immer finden nach Hause wir. In einem Land vor unserer Zeit. Vor unserer Zeit! Ich komm... Ich komm fast ran. Gut. Noch ein kleines Stück. Alles in Ordnung, Kinder? Außer der Tatsache, dass wir kalt, nass, hungrig und erschöpft sind, ist alles in Ordnung. Danke der Nachfrage. Ich hasse die kalte Zeit. Daran ist überhaupt nichts Gutes. Und die hartes Wasser Naschereien? Hartes Wasser Naschereien sind süße Blasen eingeschlossen von hartem Wasser. Ach, gute Güte. Was ist das, was sie wirklich gibt. Warum habe ich sie dann noch nie gefunden? Warum habe ich sie dann noch nie gefunden? Weil sie sehr schwer zu finden sind. Das ist nicht witzig. Baumnaschereien. Manchmal glaube ich, Vater Dreihorn liebt es sich zu streiten. Sierra! Hä? Hä? Äääh! Ääh! 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 Littlefoot! Genau wie die zwei! Ääh! Ach, sie sind alle so sehr damit beschäftigt zu reden, dass sie den Gesang der Baumsterne nicht hören können. Ach, da ist schon wieder dieses neue Grünfutterlied. Wenn die hartes Wasser-Naschereien so schwer zu finden sind, wie kann man sie dann finden? Naja, man muss auf einem bestimmten Berg am Rande des großen Tals nachsehen. Das ist keine leichte Reise. Das hat uns doch noch nie abgehalten. Also, um sie zu bekommen, müsst ihr zu dem Baum mit den zwei Stämmen gehen. Baum mit zwei Stämmen, klar. Von dort aus haltet ihr euch rechts und lasst den Berg links liegen, bis ihr zu dem Wasserfall kommt. Hm, zum Wasserfall. Geht hinter den Wasserfall um die große Klippe herum bis zur stürmischen Schlucht, Kinder. Stürmische Schlucht, ja. Und dort, ganz oben, findet ihr sie mit etwas Glück. Seht ihr? Selbst er weiß nicht einmal genau, wo sie sind. Klingt, als wären sie schwer zu finden. Sicher, aber dafür sind sie auch die leckersten Leckereien, die ihr euch vorstellen könnt. Zuerst sind sie kalt und knackig, aber wenn ihr in sie reinbeißt, dann sind sie saftig und süß. Oh, das sind sicher die wohlschmeckendsten Dinge, die ich nicht gegessen hab. Naja, wenn man auf süße Sachen steht? Pah, also ich hab sowas noch nie gesehen. Du solltest den Kindern nicht von Sachen erzählen, die es nicht gibt. Tja, du musst ja nicht daran glauben, wenn du nicht willst. Ich glaube ihnen, Meister Plattnase. Und ich möchte versuchen, sie zu finden. Wenn ihr mir eine hartes Wasserbaumnascherei bringt, teile ich mit euch meinen Baumsternanteil. Also, wenn ihr mir eine hartes Wassernascherei bringt, dann gebe ich euch alle Baumnaschereien des großen Tals. Wirklich alle? Ah. Äh, naja, also, ähm, also, also, ähm, alle, die ich finden kann. Hey, das hört sich gut an. Ja, ja. Hm, hm. Was ist denn jetzt schon wieder los? Machen alle mit? Ja, zischen wir los. Los zischen? Wohin denn? Hm, ich weiß, was das bedeutet. Auf Abenteuerreise gehen wollen sie und finden's wunderschön. Sie wollen Abenteuer sehen und ich weiß nicht wieso. Doch sowas interessiert mich nicht. Ein Baumstern, das ist was für mich. Doch sie wollen ja immer nur auf Reisen gehen. Was sie auch machen, eins ist klar. Es bringt uns alle in Gefahr. Jetzt gehen sie los. Was mach ich bloß? Was mach ich bloß? Denn auf die Reisen muss der Spike... ...bitt... ...bö, bö, 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 bö. Hm, hm. Selbst Spikey will die hartes Wassernaschereien suchen. Jap, jap, jap. Hm, hm. Na ja, was soll ich machen? Ah, das neue Baumsternlied wird lauter. Da ist er. Von hier kommt das nicht. Das neue Baumsternlied kommt von irgendwo anders höher. Ja, es kommt von da drüben. Hm, wollen wir nicht lieber da lang gehen? Hm, hm. Ja toll, das gefällt mir. Hm, hm. Da ist es schon wieder. Wir gehen hier lang, Spikey. Ja, das tun wir, das tun wir. Spike! Spike! Wenn lautes Geräusch, dann hartes Wasser manchmal runterfällt und macht ganz großes Gerutsche von die Berg auf uns. Wow! Wie wollen wir denn dahinter gelangen? Naja, wir besser gehen vor die Wasserfall herum. Nein, Petri. Meister Plattnase hat gesagt, wir sollen hinter dem Wasserfall gehen. Nein! Die streiten sich schon wieder. Muss das wirklich sein? Der Wasserfall ist so laut, dass man gar nichts anderes mitkriegt. Spiky? Spiky? Au, ah! Spiky, jetzt lauf nicht dauernd weg und bleib bei uns, verstanden? Ist das kalt! Das Wasser ist selbstveränderlich. schwimmer zu kalt so schlimm war das doch gar nicht oder also ich finde es schon große klippe vor uns stürmische flucht auf andere seite wieso stürmische flucht petri es heißt stürmische schlucht ist völlig egal die heißt hauptsache die gefilmende jetzt mir auch klar warum heißt stürmische schlucht ja von da kommt das neue baumstern lied hier sind wir gold richtig nein petri meister plattnase hat gesagt petri seht mal wo's bike hinläuft wenn er das kann dann können wir das auch wir können wir wissen es nicht bevor wir stürmen und wo sind jetzt die hartes wasser naschereien hier oben sind die doch garantiert nicht meister plattnase hat gesagt dass man sie schwer findet vielleicht wir alle müssen besser suchen ja ja oder mein pap sie hatte wie immer recht und es gibt sie überhaupt nicht das her es ist ganz laut so als würde ich direkt davor stehen meister plattnase hat sich das doch nicht ausgedacht sie müssen hier irgendwo sein ihr zu laut oh nein es gibt sie nicht und ob es sie gibt es gibt sie nicht es gibt sie doch es gibt sie nicht zu laut reden es gibt sie doch es gibt sie nicht es gibt sie doch ganz klar es kommt von hier irgendwo das neue lied kommt von den süßen blasen die von hartem wasser eingeschlossen sind das müssen sich die anderen ansehen freundin hartes wasser unterfällt oh nein oh doch oh nein zugehört nein ruhig oh oh Steinrutsche 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 Oh, mein Gott. Spiky, bist du das? Spiky? Oh, danke, Spiky. Hey, wir sind auch noch hier. Petry, Zehra und Littlefoot sind in dieser Richtung. Oh, das ist kein Spaß, nein. Bist du auf dem Weg nach unten auf hartes Wassernaschereien gestoßen? Jetzt laufe ich wieder weg, Spiky. Aber wenn Spiky nicht weggelaufen wäre, als er weggelaufen ist, dann hätte ihn das harte Wasser so wie uns verschüttet. Und dann hätte er uns nicht retten können. Oh nein, nein, nein. Ja, zu blöd nur, dass Spiky uns nicht vor Littlefoots Idee, die hartes Wassernaschereien zu finden, retten kann. Aber ich weiß, wo sie sind. Nein, es gibt sie nicht. Es gibt sie doch, Zehra. Schon wieder Streit, es tut mir leid. Doch ich finde, das geht zu weit. Es liegt was Seltenes in der Luft. Ein wirklich ganz besonderer Duft. Los, kommt, Freunde, mir drach. Hört auf zu streiten, lasst den Korb. Ich glaub, Spike sagt, los, kommt mir nach. Freunde, kommt mir nach. Ich weiß ja nicht, was ihr macht. Aber ich geh mit Spiky mit. Was immer er auch zu sehen erwartet, es ist ein Blick wert. Ja. Aber wenn noch andere Rutscher auf uns raufhalten. Oh, wartet auf mir. Hartes Wassernaschereien. Alle sind glücklich und zufrieden und futtern um die Wette ohne sich zu streiten. Und keiner muss hungern. Lecker. Ich bin beeindruckt. Ihr habt die Hartes Wassernaschereien wirklich gefunden. Wenn Spiky nicht gewesen wäre, hätten wir sie nie gefunden. Nein, nein, nein. Da ist was dran, Spiky. Also schön, hier für euch. Das ist alles, was ich finden konnte. Und war's mit dir da? Petri, die kriegt keiner runter. Ach ja? Na dann pass mal auf. Ja! Ja! Steinkstattesat! Gut gemacht, Papsi! Das hättest du wohl nicht gedacht, hm? Oh. Wieso? Vielleicht würden sie sich weniger streiten, wenn sie mir essen würden. Weißt du, manchmal wünsche ich mir, wir könnten ein bisschen so wie Spike sein. Ja, ich auch, Ruby. Oh ja, oh ja. Das hättest du wohl nicht. Ja, ich auch, okay. Oh ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020